Hi, ich bin Katharina und willkommen zu Junior-Uni Unterwegs. Wir sind hier heute am Landgericht in Wuppertal und treffen hier heute auf den Richter Herrn Roth, der uns heute einige Fragen beantworten wird. Herzlich willkommen! Schön, dass ihr hier seid und uns besucht. Mein Name ist Matthias Roth und ich bin hier Richter in einer Zivilkammer und zugleich Pressesprecher des Landgerichts. Das Landgericht ist als ordentliches Gericht zuständig für Zivil- und Strafsachen von besonderer und herausgehobener Bedeutung. Das Landgericht ist hier auf der Gerichtsinsel untergebracht, ist das einzige Gericht in Deutschland, was eine eigene Schwebebahn-Haltestelle hat und hat zugleich eines der ältesten Gerichtsgebäude in Deutschland. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1854. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einmal rein. Wir müssen uns hier leider einmal trennen. Es gibt einen Besuchereingang und einen Personaleingang. Die Besucherinnen und Besucher werden kontrolliert. Weshalb hier so ordentlich kontrolliert wird, werden wir gleich drinnen sehen. Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Ja, das ist er, der Spurgerichtssaal. Wie Sie sehen können, ist der Saal hier mit modernster Medientechnik ausgestattet worden. Neben den Bildschirmen, die hier in die Wand und teilweise auch an der Richtertheke und vor dem Zeugentisch befestigt worden sind. Und alle Plätze haben auch sogenannte Sprechstellen. Wenn Sie wollen, können wir das einmal ausprobieren. Dann können Sie beim Zeugenstuhl Platz nehmen. Wie viel Zeit verbringt man als Richter denn im Büro und wie viel im Gerichtssaal? Das ist von Richter zu Richter völlig unterschiedlich. Grundsätzlich wird es aber keinen Richter geben, der nicht auch viel Zeit im Büro verbringt, weil man immer wieder schriftliche Entscheidungen treffen muss und auch die Sitzungen intensiv vor- und nachbereitet werden müssen. Ist man als Richter im Zivilbereich tätig, wird man in der Regel zwei Tage wöchentlich in Sitzungen sein. Ist man beim Amtsgericht, hat man möglicherweise bis zu zehn Sitzungen pro Tag. Als Landrichter möglicherweise bis zu vier. Ist man demgegenüber im Strafbereich tätig, kann es in Hochphasen auch schon vorkommen, vier bis fünf Sitzungstage pro Woche zu haben. Dann muss die schriftliche Arbeit vor und nach den Sitzungen erledigt werden. Was war der skurrilste Fall, an den Sie sich erinnern können? Ein durchaus ungewöhnlicher Fall drehte sich vor einiger Zeit um eine Kurzhaar-Chihuahua-Hündin namens Ginger. Ein Paar hatte diese Hündin gemeinsam erworben und sich intensiv um sie gepflegt. Nach der Trennung des Paares entstand ein Streit darüber, bei wem die Hündin bleiben durfte. Als sich dann das in der Zwischenzeit getrennte Paar auf einem Parkplatz traf, nahm der eine Teil dem anderen den Hund weg. Beide zogen an der Hündin, die einen blauen Pullover trug. Der Fall wurde dann, nachdem Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt hatten, vor dem Amtsgericht verhandelt und die Angeklagte wurde zu sieben Monaten Gefängnisstrafe verurteilt. Das Urteil ist dann auch vor dem Landgericht bestätigt worden, weil beide Gerichte zu der Auffassung gekommen waren, dass es sich um einen Raub gehandelt hatte, weil eben mit Gewalt der Hund dem anderen weggenommen worden war. Wie häufig kommt sowas denn vor? Solche besonderen Fälle sind eher die Ausnahme. Es überwiegen dann eher die gewöhnlichen Fälle, bei welchen man allerdings nicht vergessen darf, dass sie für die jeweiligen Betroffenen, die dann Parteien oder Beteiligte des Rechtsstreits sind, immer von sehr hoher emotionaler Bedeutung sind. Und da ist es dann auch immer Aufgabe des Richters, empathisch diese besondere emotionale Betroffenheit irgendwie ausreichend zu würdigen und zu versuchen, mit dem Gerichtsverfahren da auch den Beteiligten gerecht zu werden. Und abseits dieser täglichen Fälle gibt es natürlich auch immer wieder sehr traurige, unerschütternde Schicksale, mit denen man sich als Richter beschäftigt. Da ist man froh, wenn man gelegentlich auch etwas hat, was einen erheitert. Jetzt habe ich ja im Gericht schon gesehen, wo sich die Häftlinge dort aufhalten. Wo sind die denn, wenn wir nicht gerade mitten im Prozess sind oder in der Verhandlung? Sind die angeklagten Beschuldigten nicht auf freiem Fuß, werden die in der Regel früh am Morgen mit einem Gefangenentransporter aus den Gefängnissen in die Haftabteilung gebracht, werden dann hier in Empfang genommen und in einer Gewahrsamszelle untergebracht, bis die Sitzung dann beginnt. Wenn ich an Hafttrag denke, denke ich automatisch auch an Zwischenfälle, die da vielleicht mal passieren können. Passiert sowas häufiger? Glücklicherweise sind bei uns die Sicherheitsstandards, wie wir gleich sehen können, sehr, sehr hoch. Wir haben auch das Personal, insbesondere die Wachtmeisterinnen und Wachtmeister, sehr gut geschult, sodass wir solche Zwischenfälle noch nicht hatten. Wo man immer so eine unberechenbare Komponente hat, ist allerdings in Sitzungen. Da kann es schon mal vorkommen, dass es zu Störungen kommt. Wir haben ja schon über die emotionale Betroffenheit gesprochen, die die Beteiligten regelmäßig haben. Beteiligte haben aber auch immer Angehörige, die emotional hoch ergriffen sind, sich zu Störungen hinreißen lassen. In diesen Fällen oblicht es dem Vorsitzenden durch Maßnahmen dann wieder die Störungen zu beseitigen, wer kann eine Geldstrafe auferlegen oder auch ordnungshaft anordnen. Bei der Vollstreckung der Ordnungsmaßnahmen wird der Vorsitzende durch die Wachtmeisterinnen und Wachtmeister unterstützt. Ich hätte sie sehr gerne mitgenommen in die Haftabteilung, um Ihnen das auch einmal zu zeigen. Mir ist aber mitgeteilt worden, dass dort oben gerade sehr viel los ist und jetzt die Sicherheit und Ordnung dort das nicht zulässt. Ich würde aber euch sehr, sehr gerne mit nach unten nehmen, um euch da einen Einblick gewähren zu können. Wie ist denn der Ablauf im Hafttrakt? Es ist so, dass die Gefangenen grundsätzlich ganz früh am Morgen mit Transportern aus den Gefängnissen hierher gefahren werden. Diese Transporter können bis vor die Haftabteilung fahren. Dort werden die Gefangenen dann von den Wachtmeisterinnen und Wachtmeistern in Empfang genommen, in eine Gewahrsamstelle gebracht und dort so lange untergebracht, bis dann das jeweilige Verfahren beginnt, von wo aus sie dann mit einem Fahrstuhl direkt in den Sitzungssaal gefahren werden können. Dieser Fahrstuhl hat den Vorteil, dass dem Beschuldigten erspart, möglicherweise in Handschellen durch den ganzen Gerichtsflur gebracht zu werden und verhindert, dass ein Beschuldigter, ein Angeklagter, der in Handschellen durch den Gerichtsflur gebracht wird, schon vor rechtskräftigem Abschluss des Urteils als vorverurteilt gilt. Denn jeder Beschuldigte, der sich einem Verfahren zu verantworten hat, gilt bis zum Abschluss des Verfahrens als unschuldig. Das folgt aus dem Grundgesetz. Des Weiteren dient dieser Fahrstuhl auch der Sicherheit der Bediensteten und auch der Zuschauer, die sich das Verfahren anschauen. Dann vielen Dank, Herr Roth, dass Sie uns heute so einen tollen Einblick ins Landgericht hier in Wuppertal gegeben haben. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele Fragen, die man sonst nicht stellen kann, beantwortet wurden. Ja, ich möchte mich auch bedanken. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und wir hoffen, dass wir Ihnen, aber vor allen Dingen Euch, tolle Einblicke in den Ablauf bei Gericht haben bieten können und dass das Interesse an der Justiz hoch bleibt.